So, wir wollen jetzt noch das alternative Secret-Ending versuchen zu kriegen. Ich will es sehr wahrscheinlich schneiden, weil ich wahrscheinlich mehrere Versuche brauchen werde. Also, versuchen wir es einfach mal. Okay, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Es gibt echt noch ein Ende. Moment, dafür brauche ich erstmal diesen Wirbel hin. Ach ja, ich vergaß. Okay, vergessen. Ich vergaß, ja. Ich muss ja... Ui, Schlitter. Und bleiben. Und jetzt sind wir da. Gut. So, ob wir das hinkriegen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich versuche es einfach mal. Ja, guck mal. Ich habe mir ein Video schlau gemacht, aber ob es funktionieren wird, ist eine andere Sache. Mal gucken. Mal gucken. So. So. Okay. Nein, nein. Ich weiß natürlich nicht, wie es funktioniert. Ich schneide das alles zurecht. Ich bin nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich bin mir nicht. Hm. So, ich hab mich nochmal schlau gemacht, dass es nicht funktioniert hat. Es gibt scheinbar noch mehrere Wege. Ich nutze mal einen einfacheren, glaube ich. Ich glaube es zumindest. Mal gucken. Mal gucken. Ja, natürlich. Lol. Okay. Jetzt mache ich noch einen Quick Save und dann muss ich das machen. Ja. Voll schauen. Also es scheint mir mehrere Wege zum Ziel zu geben. Ich hab natürlich noch ein Video gesehen und das fand ich eigentlich extrem schwer. Okay, jetzt versuche ich einfach das da. Gucken wir mal. Oh, cool. Ich bin da. Schön. Weiter geht's. Cool, mach ich da die Kulissen? Okay. Ich bin natürlich neugierig. Es könnte auch noch nicht sein, aber auch noch zwischenspeichern für ein Teil der Felder. Wieder? Du hast dein Geschäft nicht so lange vor. Warum hast du sogar verletzt mit der Explorung von deinen Umständen? Es ist nicht so, dass du einen lebensmöglichen Moment bekommst. Oh, das sagt sie so einfach. Ah, guck mal da. I need a hug. Schön. Zack. Und die Tür ist zu. Schön. Okay. Gut, dann. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Und jetzt geht's auf den Weg. Jetzt können wir es wieder zurück und den Testchamber enden. Ja genau, jetzt können wir es beenden. So, das Video, was ich gesehen habe, war, hier in diesen Strahl zu kommen, dann hier drauf zu hüpfen, von dort aus da drauf zu hüpfen, von dort aus dann da drauf zu hüpfen und dann hier hin. Das fand ich echt schwierig. Also das andere Video ist viel einfacher. Dann komme ich jetzt wieder runter. So unbeschadet. Na, darüber vielleicht. Ähm. Ja, würde ich schon sagen, ne. Dann machen wir mal. Click save. Ich weiß es nämlich nicht. Zack. Perfekt. Winter. Wir können weitermachen. Opa. Äh. So. Das da vorne wieder. So. Nein. Das hatten wir schon halt. So. So. Aber jetzt, ne. Jetzt, jetzt ist es. So. 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 Ich kann nicht zu viele Details ausreden, aber bereit! Achtet und Feuer! Und jemand aus Industriellen Engineering wird auch Feuer beheiratet. So lange für eine dramatische und große Finale. Ja, schießen geht wohl nicht. Und das ist unsere Testung! Ich habe gesagt, du war ein großartiges Test-Objekt. Die Prozesse sagt, dass da ein Feuer hier sollte, wo du sterben und das sollte der Ende des Test. Oh, ich sollte nicht sagen, dass das nicht. Aber ich bin sehr glücklich, dass du nicht sterben hast. Gib mir einen Moment. Ja, sicher nicht. Okay, so your personality fits those of a previous Test-Subject. She almost blew up the whole facility and killed my hospital. So, I have instructions to let you go to avoid any future problems. Go through the door. Aha, als Dochter noch, hm? This elevator will take you to the surface. We will meet again. This is it. Goodbye. You know? You were my first Test-Subject. You will always have a deep place inside my gears. Farewell, my human Test-Subject. Und nicht weinen, Leute. Das kann ich aber auch. Run, run, run. Aha. Cool. Television. Okay. Es kommt mir gar nicht mehr raus. Doch komm ich. Ich bring... äh. Geh mal rein. All right. Tschüss. Oh, wie aufregend. Oh, ist das hell. Naja, das ist nicht weg, die Oberfläche. Ja, gut. Was ist denn jetzt los? Ja, okay, das war dann das Liquid-Ending. Und das kleine Schilderspannung nochmal, dann entsparen wir uns. Okay, dann macht's gut und tschüss.